Special Edition von Lorenz Naturals, mediterranes Gemüse, schau ich mal. Jo, also von der Verpackung her, da kriegt man ja schon richtig die Lüsten da, da bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Mit natürlichen Zutaten, glutenfrei. Natürlichen Zutaten, das ist immer spaßig und lustig. Das ist gut, ne? Und ist auch noch was Natürliches drin. Wir schauen mal, Kartoffelchips in Schale geröstet. Ja, klingt soweit alles relativ natürlich, ne? Ja, das ist aber immer nicht spannend. Tja, machen wir mal auf. Wir schauen nochmal mal. Ob da drin sein soll. Nicht wahr? Da ist der Tüte, der ist offen. Gucken wir mal, wie der riecht. Wie ist der? Nicht so ähnlich wie das eben. Ja, eben hat diese grüne Chips. Grüne Chips, ja. Ja. So sehen sie aus, erst mal ganz normal. Also, wenn man guckt, erwartet man natürlich auch so eine gewollte Aubergine-Scheine. Aber das ist nicht drin. Das ist wieder nur, ja. Hm. Auch so ein tut's wie normale Chips. Schmecken tut's auch nicht viel anders, da wie normale Chips. Hm. Marie, man schmeckt ein bisschen der Paprika, mir schmeckt ein bisschen eine Zwiebel raus. Ja. Eine Tomate, ja, auch ein bisschen. Aber... Ohne die Tüte, hätte ich jetzt gesagt, das ist eine ganz normale Chips. Ja, schwer. Schmer. Da sagt auch, so ein Produkt ist nicht schlecht, aber halt auch nichts Besonderes irgendwie. Hm. Weiß nicht. Rot ist auf jeden Fall spiciger wie... Ja, bisschen Geschmack, aber... Ja, bisschen Geschmack, aber... Ja, bisschen Geschmack, aber... Die grünen... Die grünen... Aber das ist auch natürlich auch nicht immer jedermanns Geschmack. Naja, weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Mittelmäßig. Oh, das sind ja mal die... Nichts Außergewöhnliches. Ja. Na ja, ein durchschnittlicher Chip. Okay, tschüss. Jo, bis Dette. Ante. Schweier-Noel. Oh ja, von mir aus auch Dax. Ha, alles klar, au revoir. Und daumen hoch und da kommen da noch dazu und ab und nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis Dette. Antenne.